Hallo liebe Leute, heute machen wir ein Grapefruit Julep und das ist ein richtig schön fruchtiger, leicht herber Julep durch den Grapefruit und ich hab mir gedacht, das ist was für euch und wenn das Video gefällt, lasst einen Daumen hoch hier, ein Abo auf YouTube würde ich mich drüber freuen und ein Like auf Facebook, dann verpasst ihr nämlich nichts rund um die Welt vom Trinkpaar und wir starten jetzt. Wir haben hier einmal die Unterhälfte unseres Mixbechers und genau, wir geben erstmal 60ml an Wodka dazu. In diesem Fall nehme ich einen Spießtixi Wodka her, passt ganz gut und dann lassen wir etwas Honig reinlaufen, ich nehme jetzt hier Bio-Blütenhonig und davon nehmen wir einen Barlöffel, lassen den so reinlaufen und rühren den so lange um bis sich aufgelöst hat. Warum machen wir das? Das war einfach ein Grund, wenn wir das alles auf Eis geben, friert der Honig an, zieht an und dann lässt es sich nicht wunderbar mit den Spirituosen verbinden und das Aroma als Honig geht nicht in den Drink rüber. Nun geben wir dann Eis dazu. Hatte ich gerade schon vorbereitet. Und dann geben wir Minzblätter dazu. Ganze vier Stück habe ich hier. Einmal rein damit. Nun brauchen wir noch Limettensaft, 15ml Grenadine, weil die Pink Grapefruit nicht so viel Farbe abgibt. Und dann brauchen wir noch Grapefruitsaft, nehmt da Möglichkeit. 100% Direktsaft verwende ich immer hier, weil wenn ihr keinen Bock habt Grapefruit, Zitronen und sonst irgendwas für viele Leute zu pressen, dann ist das wirklich eine sehr gute Alternative. Kommt hierzu. Warn 2Cl. Alles einmal noch durchrühren. So, und dann. Alles. Einmal ordentlich shaken. Und dann ein Glas abseihen. Füllen wir gleich mit, halb voll mit Eis. Crushed Eis. Ich nehme jetzt hier so ein Glas. Und dann zeige ich euch, wie wir weitermachen. So, und dann. Nehmt ihr euch ein Sieb. Und einen Strainer. Und macht einen Double Strain. Einmal. In euer Becherglas. Ihr seht hier, warum ich einen Double Strain mache. Weil die ganzen kleinen, feinen Minzstücke aufgehalten werden. So, und diesen Cocktail hat Dale De Groff. Erfunden. Was machen wir jetzt? Wie in dem Julep klassisch. Einmal durchrühren. Noch weiter auffüllen. Und dann sind wir fertig. So, und das hier ist der richtig leckere Grapefruit Julep. Und wenn ihr mal nachgemacht habt, schreibt es in den Kommentar. Ähm, ich finde hier kommt wirklich diese leicht herbe Note schön durch. Und klar, klassisch immer noch ein Minzzweig zum Garnieren. Und ja, wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Dann bin ich raus. Und sehen wir es hoffentlich im nächsten Video wieder. Ja.